Willkommen zu den heutigen Vivi-News. Großartige News für den Omi-Token. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall auch noch den nächsten Marvel-Comic-Drop an. Und ja, insgesamt schauen wir uns auf jeden Fall nochmal den Omi-Token an, denn dort geht es gerade massiv ab. Und jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein Vivi-Uji mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Heute etwas verspätet mit einigen News, nichtsdestotrotz würde ich sagen, starten wir direkt rein ins Video. Und starten würde ich sagen, tun wir an dieser Stelle mit einem wirklich, meiner Meinung nach, großartigen Punkt. Denn wir bekommen tatsächlich das erste Mal richtig Utility, meiner Meinung nach, für den Omi-Token. Und zwar nämlich mit dem Omi-Reward-Tier. Und hier startet jetzt nun die Season 1, für die Leute jetzt nicht wissen, was ist denn das Ganze, was bringt das Ganze. Damit kannst du jetzt Omi-Token in der App staken und dafür extra MCP-Punkte bekommen. Der andere wird jetzt sagen, okay, hey, schön und gut, jetzt mehr MCP-Punkte zu bekommen. Ich kann ja aber damit momentan noch nichts anfangen. Ja, man kann damit momentan noch nicht wirklich was anfangen. Nichtsdestotrotz wird es aber auf jeden Fall wahrscheinlich auch noch in diesem Jahr dafür dann auch Verwendungszwecke geben. Zum Beispiel für das Ticketsystem für Drops, dass ihr damit dann eure Wahrscheinlichkeiten im Drop erhöhen könnt, um einen Drop zu bekommen. Schauen wir uns aber ganz kurz an, wie funktioniert das Ganze. Das Ganze könnt ihr im Prinzip einfach auf den Layer 2 in die VW-App reinholen. Ich werde euch dazu auch nochmal hier ein Video verlinken und für die Leute, die auf jeden Fall nochmal ein bisschen Zeit haben, in die VW-App zu schieben. Ich werde die nächste Woche auf jeden Fall nochmal ein aktuelleres Video dazu hochladen, wo ich das Ganze auch nochmal ein bisschen besser erklären kann. Dementsprechend, wer auf jeden Fall da Zeit hat, soll sich auf jeden Fall an dieser Stelle gedulden. Wer da auf jeden Fall wirklich 100% safe gehen möchte, dass das Ganze auch wirklich dann in der VW-App landet. Ansonsten, auf jeden Fall wie gesagt ein großer Erfolg für den OMI-Token und was auf jeden Fall auch ganz wichtig ist, tatsächlich ist das Ganze auch mehr oder weniger eine Balance-Sache. Wie auch Mitch gerade schon schreibt, Balance is the operative word of the day. Und damit meint im Prinzip das Verhältnis, wie viele MCP-Punkte man dann auch wirklich bekommt für die Menge an OMI, die man gestaked hat. Insgesamt kann man 10 Millionen OMI staken in der App und dafür dann OMI-Token bekommen und dafür dann MCP-Punkte bekommen. Sollten es mehr als 10 Millionen sein, werden die tatsächlich nicht mit einbegriffen. Es gibt außerdem einen Pool an MCP-Punkten, der sozusagen nur ausgeschöpft werden kann. Ich gehe mal davon aus, dass wir es wahrscheinlich hier mit ein paar Millionen MCP-Punkten zu tun haben, die insgesamt sozusagen geernt werden können. Und natürlich variieren dann die MCP-Punkte auch, je nachdem wie viele User dann auch wirklich staken. Das heißt jetzt am Anfang werden es wahrscheinlich noch relativ viele sein, eventuell dann irgendwann tatsächlich deutlich weniger. Das hängt dann einfach davon ab, wie hier natürlich auch das Team das Ganze anpasst. Momentan ist es aber tatsächlich einfach so, dass man meiner Meinung nach relativ viele Punkte bekommt. Wir können uns an dieser Stelle einfach mal ein Beispiel von mir anschauen. Ich habe insgesamt eine Million OMI-Token in der App gestaked und habe von gestern auf heute 175 Punkte plus bekommen für eine Million, was ich doch eigentlich relativ in Ordnung finde. Insgesamt kann man hier auf jeden Fall mit 10 Millionen in etwa 1750 Punkte momentan bekommen. Das ist auf jeden Fall eine Menge Punkte, die man hier extra bekommen kann. Natürlich aber auch eine Menge OMI, die man hier dann auch wirklich staken muss in der App. Und ich persönlich würde euch auf jeden Fall auch abraten, hier 100% in die App zu packen. Denn es besteht natürlich immer ein Sicherheitsrisiko, dass euer Account gehackt wird und so weiter und so fort und die Omis dann doch irgendwie verschwinden. Dementsprechend, ich persönlich kann das auch auf jeden Fall von mir sagen, ich habe nicht 100% in der App. Ich habe ca. 40% von meinen OMI-Tokens nur in der App und ich denke mal dabei wird es tatsächlich auch im Schnitt für immer auch bleiben. Und ansonsten würde ich auch sagen, schauen wir uns direkt nochmal den OMI-Token direkt an. Und ihr seht es schon, hier 17% in den letzten 24 Stunden allein sind wir im Plus. Und wir sind jetzt tatsächlich auch wieder endlich bei den 2 Nullen angekommen. Nach einer wirklich, wirklich langen Zeit haben wir hier wieder dieses Level erreicht. Und wenn man sich jetzt hier mal den Chart anschaut, dann ist das wirklich krass, was hier abgegangen ist. Wir hatten hier auch wirklich schon einen ordentlichen Pump nach oben bis zur 0,0012 Grenze. Ja, das Ganze ist natürlich an dieser Stelle hier nochmal abverkauft worden. Ich denke mal hier wurden viele Sell-Ordern auch ausgelöst. Und dementsprechend wird der Preis natürlich momentan nochmal ein bisschen gedrückt. Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, ist das schon crazy, was hier abgegangen ist in den letzten 24 Stunden. Wir haben hier insgesamt, ja man sieht es tatsächlich leider gerade nicht so ganz, aber wir haben hier circa 33% in den letzten 24 Stunden zugelegt, was wirklich schon enorm ist. Und sollten wir uns jetzt auch wirklich stabil über diesem Level hier in etwa bei den 2 Nullen oder 1 halten, dann sehe ich tatsächlich auch erstmal hier ein sehr stabiles Level. Wir hatten auch in der Vergangenheit hier in diesem Bereich von in etwa 0,0007 bis hier hoch auf jeden Fall ein gutes Level. Wir hatten hier auch ordentlich Resistance, das haben wir auch schon gebrochen. Das heißt, an dieser Stelle erstmal abwarten und Tee trinken, bis hier auch die Korrektur kommen wird. Sie wird auf jeden Fall kommen, aber an dieser Stelle würde ich persönlich jedenfalls auch noch gerade abwarten mit dem Nachkauf. Ansonsten würde ich auch sagen, schauen wir uns nochmal das nächste Marvel Collectible an, was wir jetzt hier auf Vivi sehen werden. Und zwar nämlich Miss Munits, sondern nicht Miss Munits. Und das Ganze wird hier am Sonntag um 7.00 Uhr deutscher Zeit droppen als einzelnes Collectible mit dem Waitlist-Drop-Format. Das ganze Collectible sehen wir einmal als Sego Dreher. Unter anderem hier einen Listenpreis von gerade mal 30 Jumps und eine Editionzahl von 1.500 Stück. Unter anderem natürlich auch eine First Appearance. Finde ich an dieser Stelle recht spannend. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass es sold out gehen wird. Ob es sich über den Droppreis halten wird, das ist tatsächlich eine andere Frage, wo ich momentan ehrlich gesagt noch relativ unsicher bin, ob es es schaffen wird. Ich gehe tendenziell aber tatsächlich nicht davon aus. Nehme ich den ganzen Job auf jeden Fall erstmal in der Waitlist mit Jahr. Trotzdem schaue ich mir auf jeden Fall in den ersten 10 Minuten erstmal an, wie sich der Drop entwickelt. Und entscheidet dann, ob ich kaufe oder nicht. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit den gesamten Vivi-News. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gebt den ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.